hallo und herzlich willkommen leute zur rückrunde zwischen mir und nico und es fängt mal wieder richtig hässlich an mit junkrad dreckiges champion hier im 1 gegen 1 ich kann ihn einfach überhaupt gar nicht warte mal kurz ich muss doch kurz gucken ich glaube meine aufgabe hängt ich glaube aber ist einfach nur nach vorne laufen das ist dieser punkt wo innen drin das ich denke ich habe immer die meppe mit kleiner gemacht nein nein das ist die gleiche meppe einfach das ist hier ganz eigentlich das könnte gut werden hallo steve hallo du hast das das war sehr knapp nico da hättest du mich noch einmal treffen wunderschön oh nein 1 zu 0 ein skillet hallo 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 damit habe ich dominik auch so recht gelackt in der ersten runde aber gegen dich habe ich halt nur schnitte das ist halt echt krass so schlicht bin ich da gar nicht ich habe mich mal ich hatte mir war jetzt letztens gold aber das war feierabend ja gut wenn du multiplayer spielst dann kriegst du auch immer die blödesten teams die es gibt und jetzt hallo ich habe dich angeguckt und gedacht das war ein fehler hallo das war ein fehler hallo hallo ach ne das ist gut weil desto schneller ist die runde vorbei Ja. Ich bock mich auch mal gegen Wände. Niko, denk dran, wenn du dich zurücksetzt, kriegst du das Leben wieder dazu, oder? Mhm. Ja, danke schön, dass du die Mühe hast. Ich wollte dich eigentlich nahkampfen. Oh yeah, oh yeah. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre. Es tut mir wirklich leid, Niko. Hanzo ist natürlich der Tod für mich. Oh. 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 Auf doch mal irgendwie normale Wege, Niko. Was? Oh Junge, mein... Gott sei Dank hab ich die Facecam nicht drauf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Niko, ich hab halt überhaupt keinen Aim gehabt gerade. Oh mein... Oh... Das ist ein Sieg für mich. Das ist ein Sieg für mich. Das ist ja ein Sieg. Du also, ich hab dich gewählt. Sehr gut, Niko, sehr gut. Alter, ich hab aber auch nichts getroffen, ne? Ich hab's gemerkt. Das ist, wenn man einfach in letzter Zeit nur noch Counter-Strike, League of Legends und andere Spiele gespielt hat. Was haben wir denn? Ach nee, GTA war's. Und dann kommt da sowas bei rum. Jo, schön. Kannst da alleine rumlaufen, mein Freund. Wo bist du, du Hund? Versteck mich. Gib's mir doch gleich schon irgendwo ne Granate in die Fresse. Das ist, das hab ich vor. Nein! Jaaaa! 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 Oh, das war so glücklich. Aber wir haben uns beide getroffen. Blö, ist das ja viel geiler Skin. Pharah kann ich gar nicht. Re, 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 Re. Was war so und dann? Alter. Das wird ne schnelle Runde werden. Ähm. Nicht so schnell wie die. Ich war so klar, dass du da hochkommst, Nico. Komm mal hier rein, mein Freund. So treff ich mich. Das ist doch nicht mag. Unterdrückungsfeuer. Das ist ziemlich schwierig. Das ist schlecht. Sieger. Ich wollte krass ziehen. Punkt, der Stand. 4 zu 2. Nein, nein. Ach nee, Alter. Ich hasse es. Das ist so langweilig. Ohne Scheiß, ich spring jetzt in Abgrund, weil ich keinen Bock auf die habe. Nein. Das ist jetzt... Das muss jetzt gut gehen. Ich will nicht mit einem Skillchamping gewinnen und nicht mit so einer Scheiße. Kann so, ne? Ja, das ist doch kacke. Ich hasse Saria einfach. Es kommt wahrscheinlich was noch schlimmer aus. Ja. Jetzt neb ich dir wieder die Headys. Und dann hörst du dich. Alles klar. Ja, nein. Ich hab dir eben so schön die Headys gedrückt. Das war so geil. Und dann krieg ich... Ahhhh. Aber du nimmst grad auch auf, oder? Ja, gut. Das ist ein Witz. Ach komm. Ja, danke. Ja, ich hab nur einmal getroffen. Das war unschlau da rauszulaufen. Ja, ich weiß. Ach ja. Aber ich komm nicht drauf klar, dass du mich mit Hanzo besiegt hast, Junge. Ha, das war geil, ne? Das kann ich nicht akzeptieren. Na gut. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Das war unsere Rückrunde. Dieben ist der einzige Pro hier in dem Spiel. Nein, das stimmt nicht. Dominik ist auch ganz gut. Ja, das wird auch nochmal noch hartemus für mich. Gegen den hab ich noch gar nicht gespielt. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein! Auf Wiedersehen!